Wasche die Ohren, nie. Oh, Ohren sind sauber. Kann man mit Zunge reingehen. Da. Warum so? Warum machst du so? Bei mir, glaube ich. Ja, hat ein Team ausgelöscht. Kommt der zu uns? Ich werfe die Truhe hinten hin. Soll ich Drohne anmachen? Nö, stoppier es gar nicht. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Uiuiuiuiui. Der Wärts ist fast gewesen. Ja, einer kommt hier hoch. Einer K.O., einer raus. Ah, beide auf dem Dach, Alter. Beide auf dem Dach, schreibt er. Warte, warte, warte. Oh, hinter mir. Wo ist er? Auch oben auf dem Dach, oder was? Ne, ne, von unten, glaube ich. Hier müsste ich safe sein. Von hinter dir! Ja, 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 ja. Oh, fuck. Egal, ich hab self-retts, ich hab self-retts. Stay cool, man. Er muss ja hochkommen, wenn er uns... Der kommt gerade hoch! Ah, ja, kalakka! Auf der Dingsbrauch. Ja, ich seh sie, ja, ich seh sie. Ja, einer ist runtergedrückt. Der kommt hier ganz runter. Warte, ich komm mit. Hinter mir. Siehst du das auf der Map? Minimap? Ja, 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 ja. Der war auf der Straße. Ich komm runter, ich komm runter, ich bin auf der Straße. Ich seh ihn. Das ist K.O. Ja, hier ist er! Cracked! K.O. Das war nicht Team ausgelöscht, Digga. Es sind drei Teams hier. Lass mich ansteuern. I believe I can fly. Jo. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread your vagina and fly away. Nicht zu tief. Nicht zu tief. Nicht zu tief. Nicht zu tief. Digga. Was war das? Töte ihn. Ich hab den anderen auch platt gemacht. Der lebt hier noch. Der macht Selbsträtts. Hinter dir. Da. Ja. Ja, ja, ja. Gutes. Aber du warst ganz schön killgierig. Kann das sein? Ja, ja. Ich wollte ja eigentlich mit dem Heli plattfliegen, Alter. Aber du hast die ganze Zeit viel geredet, aber du schniffes. Nein. Rakete im Anflug. Martin Lenk ab. Keep cool. Keep cool. Ich guck nach hinten. Jetzt. Jetzt hab sie abgelenkt. Wow. Wo bist du? Kommst du nicht mit? So. Ich hab jetzt mal von der Ferne beobachtet. Ah, ja, ja, ja. Oben im Schnee sind die. Zwei Leute. Zwei Leute. Zwei Leute. Zwei Leute. Ich krieg hard hits. Nee. Nein, 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 nein. Der sniper hat mich immer noch ab. Komm, lass mal nicht mit denen kämpfen, Bro. Lass mal hier weg. Ich push mal in das Orangenhaus. Ich push mal in das Orangenhaus. Ich push mal in das Orangenhaus. Ja, die... Zwei Leute. Beide cracked. Ein K.O. Ein K.O. Ein K.O. Ein K.O. Team aus. Ich glaub blauer Haus. Ich bin out of plates. Panzerung gefunden. Wo haben die geballert, die Schweine? Ah, da. Neben dem Auto. Neben dem Auto. Ein K.O. Team ausgelöst. Oh, yeah. Okay. Baby, baby. Dann hol dir mal die Platten. Zone kommt, Alter. Zone kommt. Wieder zum Auto. Wenn du sch... Oder schaffst du es noch den anzunehmen? Ich denk schon, ne? Ich denk schon, ne? Ich steh hier. Ich bin bereit. Ich spring runter. Ich mach Drohne an. Oh, ja. Vor uns. Radarsuche wird gestartet. Okay, läuft. Der hat uns noch nicht gesehen. Da oben auch. Feindliche Drohne über uns. Ich seh ihn nicht. Ah, doch. Da hinten. Ich baller jetzt auf ihn, ne? Nein, noch nicht. Jetzt. Sorry. Hopp. Er ist da. Er steigt in den LKW ein. Crack. Der ist nicht zum Fahren. Der ist nicht zum Fahren. Ah, rechts läuft auch noch einer. Hier. Ah, das war dumm. Der hat mich direkt. Ich werf Rauch. Ich werf Rauch. Close. Close. Alter Mann, ey Mann. Haben? Hab der dich? Der, der dich geholt hat? Ja. Ja, dann komm zu mir und hol mich wieder. Ey, warte. Der andere Pusht. Da ist er. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone. Das Gas kommt näher. Hab ein Team ausgelöscht. Ich komm zu dir. Oh yeah, Baby. Oh, die Drohne kommt schon. Ey. Ja, ja. Ey, die klebt mir im Nacken, Bro. Da muss man mal auf die Schrotflinte wechseln, ey. Läuft man damit schneller? Ja. Ich würd da in die Häuser gehen. Ja gut, können wir machen. Ja dann komm. Ich find das halt sehr offensichtlich, dass die Leute auch dahin wollen. Soll ich Drohne anmachen? Mach mal. Ja, rechts von uns. Oh ja, rechts von uns. Oh ja, rechts von uns. Ich geh von... Holen wir die? Ja, ja, von rechts. Ich rotier nochmal. Ah, ich krieg Hits. Ich krieg Hits. Dass ich hinter denen bin. Einer snipert. Ich baller jetzt auf die. Ein K.O. Das Team ausgelöscht. Alter, lass doch mir auch mal einen Kill vom blauen Haus. Komm, wir kriegen Hits. Ja, ja. Ah ja, die snipern oben von dem Hochhaus. Ich pushe hier hinter. Ich bin hier safe. Ich mach nen Cluster da oben drauf. Dieses Schwein. Ja, sollen wir versuchen noch in die Tankstelle reinzukommen? Ja. Oh Gott. Oh Gott, lauf doch! Was ist denn hier los? Ah, toll. Wo? Du musst alleine machen. Wo? Welche? Welche haben dich geholt? Ja, da wo du zu essen wolltest. Aus dem Haus. Ich hab... Ach so. Hattest du Geld? Ne, ne? Ne. Man, Alter. Wie dumm. Ich wär besser bei dir geblieben. Ach scheiße. Du musst gleich mit der Zone laufen. Hey! Klappen. Lauf! Und wo hat der denn geballert, Alter? Ah, da. Ich hab ihn gesehen. Was? Wichser! Wichser! Wenigstens ist er auch verreckt, Alter. Entschuldigung, dass ich da so gestorben bin. Sonst wär das noch ne... Wär ein sehr hohe Wahrscheinlichkeit gewesen, dass wir da... jetzt hat bereits zwölf Kills am Nack holen. Ey, warte mal! Hier kannst du noch gucken. Und hier auch noch. Und wenn dir der ganze Scheiß gefallen hat, kannst du hier abonnieren. Grüße!